ach du kacke ach du kacke ja hallo und herzlich willkommen mit diesen worten begrüßen wir euch ich bin grün ich bin bram heute willkommen bei worms ja bram ist mal wieder im urlaub die oberigkeit gibt sich mal wieder glänzt mit abwesenheit entweder ist peter im urlaub oder bram aber ich würde so weit was ich machen würde jetzt war auch bald im urlauber ist egal kannst du mal bitte nicht mich fokussen kann sich mal ficken peter schon eine beschissene position haben bitte meine leute hat ja mal richtig glück wieso hat richtig glück die beiden oben links die warten oder drauf ach so er das ist der gelbe okay verständlich wir haben gleich zwei wir würden weniger aber ich weiß nicht peter ob spongebob anfängt gibt nicht du kannst du probieren das sieht sehr wild aus schade ich habe mich schon gefreut ich habe mich schon gefreut ja das habe ich mir auch so also ich habe in die zukunft geblickt und habe genau diesen verfolgen gesehen da kannst du recht mindestens zwei wir machen eine wasserbombe verarschen ich verarschen bin ich einfach direkt in startup oder was ich glaube das ist schon mal vorbereitet muss ja schon mal darunter schieben ich komme einfach wieder hoch gelaufen so kommt spongebob fängt an oder bitte nicht bitte nicht bitte nicht bitte nicht nein oh peter tschüss hallo oh das wasser ist halt heute crucial mein herr ist leidend ihr habt die map ausgesucht leute ouchi ja aber die platzierung der würmer war echt der Würmer die könnts nicht absehen das stimmt ripp das ist halt immer noch ein glücksch... heller gönn mir mal Kissen nein peter pass auf pass auf schieß um auf den auf den berg damit das wasser runter kommt oh gott damit spülst du dann selbst Würmer weg ja aber ich habe ein bisschen sorge dass ich mich damit selber zu sehr nein tust du nicht achso rechts meinst du auf den berg ich dachte links ich dachte ja die 123 explodiert und dann ist das loch groß hoch und vielleicht spülst die 25 sollte die 123 explodieren oben rechts hat wasser hat nicht ganz geklappt peter alter guck dir mal an wie wenig da fehlt mein gott wieso sollte denn die 123 explodieren weiß ich auch nicht tschüss achso lobt so viel hat das auch echt nicht gebracht weil selbst Würmer wäre überhaupt nicht weggeschrieben einer wäre unter Wasser ja oh quatsch peter oh quatsch also i don't get it oh sepp macht auf die sind der wäre safe weg gewesen ja ich glaub da kann sie noch stehen weh Das ist aber auch eine gute Abschlussrampe, wo selbst... Stell dir das mal hier hin. Jay ist dran. Das ist gut, weil Jay hat nämlich auch einen da stehen. Das ist gut. Ja, der hat drei Würmer da unten. Das ist schon ein Jay-Area eigentlich. Kannst nicht die beiden drüber schleudern mit Wasser? Jay will sich High-Ground sichern. Ja, denn die Sache ist, das bringt mir halt nix, das Spülen. Nee, weil dein eigener da steht. Dadurch stoppe ich lieber dann irgendwie, dass die anderen von euch da häufiger dran sind. Weil da unten bringen die euch nix. Und das meine da unten sterben ist halt wahrscheinlich eh. Hey, was soll ich denn jetzt, Christian? Der steht doch direkt neben deinem Wurm. Was soll er machen? Aber ich hab doch die Auswahl, oder nicht? Ja, ja. Ich geb dir sogar die Chance, entweder bleibst du am Fass hängen, oder du gehst nach unten. Ja, du. Mann, warum schießt du nicht dein Wasser weg? Dann würdest du doch auch ein Loch für mich machen, das ist doch super, also das ist doch viel smarter. Finde ich auch viel smarter. Wenn du dein Loch da kaputt gemacht hättest, dann würde ich wenigstens runterfallen. Wieso denn du? Ja, oben, weil ich doch schon oben bin. Aber da fällst du doch nicht runter. Nein, das ist die potenzielle Möglichkeit, dass ich da runterfalle. Ach so, nee, der Stoppen, der macht das eh zu. Das rote Ding, das fällt doch nach rechts. Ja, also da ist auf jeden Fall kein Loch, das sag ich schon mal. Das ist, glaube ich, relativ deutlich da oben. Peter hofft er da vor dem 150er dran, oder? Ah, ist er safe? Kann ja auch passieren. Da ist er ja auch bei zwei Würmern. Naja, ich wollte nur mal laut denken. Kannst du nur mal so ein paar Sachen sagen, ne? Ja, laut denken, Peter. Tschüss! Außer Sepp teleportiert sich halt auch, Karl. Außer Sepp teleportiert sich. Also entweder tötest du uns beide, oder du tötest vielleicht mich. Aber wie soll er denn nur dich töten? Naja, wenn er... Wegen dir. Jetzt kannst du alle drei machen. Jetzt kann er natürlich die versuchen, alle drei zu holen. Natürlich auch. Kann ich dich noch ein bisschen vorwubbeln? Ja. Ja, ist ja alle Zeit der Welt. Alle Zeit der Welt, Sepp. Boah, du Scheiße. Alter, der Junge, ey. Ja, ich wollte... Ja, nur mein. ...dich noch ein bisschen vorwärtswubbeln. Ja, ich meine, hat ja auch geklappt. Bei mir hätte es nicht gereicht, wahrscheinlich. Meinen Gichtfingern. Fatality. Das ist schlecht. Hä? Ach, Scheiße. Ich wollte ihn da... Du hättest einfach was verschießen können, Jonathan. Also wenn du, Leute, hier blames Waffen, die ihre Züge... Ja, ich wollte... Ich wollte Sepp da auch haben. Ich wollte Sepp da auch haben. Das wäre ich... ...double Fas-Explosion gewesen. Ich hab doch nur noch... Sepp, ich hab doch nur noch zwei Würmer. Ja und, aber da hättest du... Mann, damit mach ich doch mehr Schaden. Aber Christian, richtig dezimiert hier. So hast du keinen Schaden gemacht. Das stimmt. Jetzt mach ich keinen Schaden mehr. Hey! Ah, war dumm. Geht das noch weiter nach rechts? Noch weiter nach rechts? Mit hart da oben. Ich sollte wirklich Christian dezimieren. Bei Sepp hat auch noch vier... Peter, du kannst weiter auf mich gehen. Ja, kein PTA. Ey, du bist ja immer nicht so traurig. Nee, ich bin nicht traurig. Wollte dich nur... ...zu motivieren auf mich zu gehen. Ich finde es auch ohne Worte. Sag mal nicht so traurig. Soll ich meiner Frau auch immer? In welchem Zusammenhang? Gut, dass er keine Spülung mehr hat. Aber er hat noch einen Baseballschläger. Ja. Oder einfach... Paketenwürfer reicht da auch. Nee, da reicht das nicht. Nee, nicht zum Töten, aber zum gut Damage machen reicht das auch. Hi. Was tun wir denn jetzt hier mit euch? Oh. Oh. Das war kein gutes Oh. Nee, so schlimm ist es nicht. Aber ich könnte ja Christian dann mal zu Peter schicken. Ach. Was? Was? Das ist doch voll außerhalb des Bereichs gewesen. Du hast doch echt einen Schutznippel, ey. Ja, aber der Schutznippel stört mich gerade. Das ist doch scheiße. Interessant herab. Den möchtest du denn da treffen? Den möchtest du aufmachen? Ist nicht gut, Jason. Oh. Als ob. Als ob. Das wollte ich definitiv nicht. Fand ich... Das wollte ich einhundert... Das wollte ich einhundert Prozent genau so machen. Ich geh immer nur auf Sepp. Holy Shit, ey. Das war safe nicht meine Intention. Aber der war ein geiler Wurf, muss ich sagen. Krass. War wahrscheinlich schlecht. Und dann bleibt die da auch noch liegen. Kurzhoffnung, dass die abfallt. Warte mal, so weit muss ich gar nicht. Das ist ja so hart lächerlich gewesen. Der Kill. Äh, der Treffer. Der war so hart lächerlich. Ich wollte halt... Ich wollte halt ehrlich gesagt in das Wasser schießen, dass das halt ein kleines Löchlein da schon gibt. Für euch alle. Hm. Don't like it. Joa. 80. Komm da leider nicht weg. Das ist doch doofe. Ja, Dito. Ich bin da voll gefiedelt. Tja, aber machen wir mit dir. Seilchen springen, Peter. Seilchen fehlen. Nicht gegen. Hm. Ich glaube, der wird sich rächen. Ist nur so ein Guess. Ja gut. Der ist aber gleich gar nicht dran, oder? Ach du Scheiß, ich wäre ja voll geschissen. Aber hallo. Ein bisschen Leben, ein bisschen Money, ein paar Werkzeuge. Was braucht man mehr? Ein paar Runterspringen brauche ich mehr. Ich dachte... Ach doch. Oder Teleporti. Egal. Was macht das eigentlich hier? Telekinese. Nee. Ich glaube, wir machen hier nix. Aber ein bisschen chillen auch. Gute Position hier. Peter und ich sind Zweiter und Erster. Bitte was? Da ist einiges passiert seit dem... Aber ihr habt ja auch die guten Positionen, also... Oh, die weg. Ich glaube, das war anders geplant. Ich wollte dann einfach weg von mir, ehrlich gesagt. Also ich hätte... Ich dachte, dann schlägt er drüber. Ich habe schon nach unten gezielt, ehrlich gesagt. Ich wollte nicht... Vielleicht hätte er perfektererweise unten bei Sepp noch landen können, aber... Das ist jetzt echt kacke hier alles. Ich wüsste nicht, wie das sonst... So genau habe ich mir das nicht angeguckt mit dem drüber schlagen, oder nicht? Nee. Da hatte ich halt Angst vor. Ich wollte keinen Blindenschläger machen. Der Rest war mir egal. Christian versteckt sich. Finde ich gut. Oh, nooo... Nein! Nein! Er bleibt aber auch immer da oben! What the fuck? Auf was stehst du da? Ich habe keine Ahnung. Auf deine Hand. Ja. Beweg dich mal nach rechts, Fäder. Oh, komm mal rüber. Oh. Like it. Er haut ab, der Lümmel! Hahaha! Oh, der geht nicht. Oh. Ihr könnt euch jetzt verbinden. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ob das eine gute Sache wäre. Sepp hat noch vier Würmer. Ja. Das stimmt. Ja. Alter, zwei Würmer. Das sieht jetzt nicht gut aus für Christian. Das tut mir jetzt echt leid. Ich will eigentlich nicht auf dich gehen, aber du bist A neben mir. Auf wir willst du denn gehen? Na, echt mal. Auf Peter. Hallo? Peter. Du siehst, es ist ein bisschen das. Nein! Nein! Oh Gott. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, dass das passiert ist. Weil ich wette, ich hätte das Wasser aufgesprengt, wenn ich sterbe. Oh Gott. Oh Gott, diese Miene. Ich habe eine Idee, wer das jetzt macht. An Jays Stelle würde ich einfach eine Garnage drauf reinschmeißen. Jay will sich nicht saven, ja. Nope. Ne, der wird noch gesaved. Der lohnt sich ja nicht mal zu töten, der 15er, ja. Hey, den kriegt aber auch. Was macht ihr denn da? Der 15er war doch eh tot, der sollte jetzt ab. Ah, schade. Dachte, hast du noch Wasserhoffnung gehabt? Ja. Ich hatte Hoffnung, dass irgendwie noch die 42 stirbt. Aber ich musste ja irgendwie noch... Achso, wegen Sun-Death. Oh, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja, der ist doch voll durch. Also, mein 15er ist eh tot. Ah, ich wollte den Wurmwechsel auch mal nutzen. Ja. Hier kommt die faulen Ausreden. Was? Da ist der Quatsch. Und dann jetzt? Der Teleport-Schutz! Nee, hä? Doch. Und der andere säuft eh ab. Finde ich jetzt aber belastend. Das habe ich mir gedacht. Äh, 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 äh. Kannst du auch machen. Wird Thaddeus eigentlich mit 2D geschrieben? Ja. Den, den ich kenne, ja. Kannst du mit Bäumen, oder? Weiß nicht. Ich weiß aber nicht, wie Thaddeus, Thaddeus Tentakel geschrieben wird. Ah, Stand of 4. Kalter Krieg hier oben links. Bei den 190er meinte ich zum Glück auch gar nicht. Okay, ich kann mir wieder weiter Shit holen. Ich bin ein bisschen vor Peter dran. Mein nächster Zug gilt dem 205er. Ja, meiner auch. Du bist vor mir dran. Ja, mit deinem 14er bist du? Nee, du bist mit deinem 42er dran. Was macht Thadda jetzt? Ich bin gespannt. Oh, da musst du mal genau werfen. Boah, das wär hart. Wenn du da durch... Never. Ja, wo kann ich? Ah, fuck it. Never. Hm, es ist jetzt schlecht, dass der das weggeballert hat. Warum? Du bist doch eh mit deinem ganz rechts unten jetzt dran, oder nicht? Ja, bei Wohnwechsel. Achso, ja, stimmt. Aber dann vergeudest du dein Ding alles. Dann würde ich doch lieber den 190er antingeln. So, der 42er ist vielleicht auch sofort gar nicht mehr da. Ja. Eben. Also, ich gehe nicht davon aus, dass der nochmal dran ist. Ja, wahrscheinlich zu hart. Selbst wenn, komme ich da nicht weg. Er läuft nur ab. Vielleicht macht Christian mehr auf. Vielleicht macht Christian mehr auf. Vielleicht macht Christian mehr auf. Da hab ein bisschen Angst vor Christian. Ich bin da einfach verstanden. Ein bisschen Angst. Dass der nachher da irgendwie Wasser hinschießt, oder so. Und nicht da runterfall. Immer den Arsch stecken. Nicht, dass die 42 doch noch dran ist. Da ist sie jetzt. Aber er will ja den Wurmwechsel benutzen. Ja, aber vielleicht hätte er ja nachher noch die 150 gekillt. Ja, das stimmt. Doch. Oh, Peter ist tot. Einer geht weg. Ne, der ist unten. Mega. Ich dachte, der Rudi hat bis zu den 200er durch. Und Sam hat jetzt den Durchgang mit seinem 200er da oben. Das fand ich jetzt sehr blöd. Nein, nein, nein. Nein. Kommt mehr Wasser. Please don't. Please don't. Oh ja. Gleich ist da unten. Please don't do it. Gleich ist da unten. Nein, Peter ist noch vor mir dran. Du hast noch ein bisschen Zeit. Ich hab keinen Wurmwechsel mehr und nicht genug Geld für den Wurmwechsel. Mein 190er ist verloren. Ja, der ist da unten. Haha, nice. Meiner ist auch tot. Fuck it. Eine Granate oder eine Oma runterlaufen lassen. Ja, denkst du, was ich machen will? Ja, irgendwie sowas. Ja, natürlich pimmelt der da rüber. Oh Gott. Hahaha. Das war mit Seth. Alter. Das ist der Wattner und 26er. Ja, mega. Ah ja, stimmt. Aber ja. Das war ein krasser Move, Christian. Vom Siegkandidaten zum letzten. Muss ich anregnen. Das war ein harter Move. Schmutz. Aber was kommt jetzt? Autsch. Autsch. Naja. Surviven ist jetzt hier mein Motto. Dafür gehst du dann zu den beiden? Oder zu Chris? Christian hat keinen Wurmwechsel mehr. Der 14er ist gleich dran. Peter ist unten dran. Das ist alles nicht gut. Also außer Jay hat jetzt Bock mir irgendwas entgegenzulassen. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin so dumm. Nö. Ich versichere noch nicht direkt, oder? Ja, aber er fällt ins Wasser. Hahaha. Er ist jetzt im Wasser. Let's go. Hahaha. Das war nicht so gut. Das war gar nicht gut. Das war gar nicht gut. Ich sehe da ein großes Lauf, wo man da Holi reinwerfen kann. Ach so. Ist das so? Christian kann sich weit bewegen. Nee, Christian, ich will doch die Holi da rüber werfen. Ja, ja. Kannst doch da links laufen. Ja. Aber ich weiß nicht, ob die so weit fliegt. Mach die vorne an die Ecke. Ach komm. So können wir beide da existieren. Ist das schlecht? Hahaha. Ist das schlecht gewesen? Okay. Wobei ich gar nicht gewusst hätte, ob Christian weggespült worden wäre. Ja, ich glaube, wenn das aufgeht, weiß ich nicht. Kommt doch an, wie das Wasser schwach. Ja, genau. Hätte auch fehlen können. Jetzt ist die Frage, ob hier da... Ah doch, der kommt da durch. Der kommt nicht da hoch erstmal. Ach komm, er hat so lange gebraucht. Boah, er ist schon schwer da hoch. Ja, aber Peter hat so lange gebraucht, da will der gar nicht... Kann ich denn, danach kannst du nichts mehr machen. Nee. Nee, nee, aber... Ach so, Entschuldigung, dann mein Fail. Ich hätte gedacht, je nachdem, wie du buddelst, ob du überhaupt da durchkommst. Könnte ich einfach da durchschüpfen? Schade. So, wir wollen jetzt die geile Holi sehen. Einfacher... Oh, ich habe eine Banane. Was? Ja, die gibt es auch schon. Ja, Sip fängt an, oder? Ja. Einfach richtig hoch und dann, let's go. So zwei Sekunden eingestellt. Ja, ich überlege gerade. Eins... Der Winkel ist aber auch sehr steil, also... Er geht auf Chris. Ja, würde ich auch sagen. Wir kommen niemals an. Boah, wie fail war das denn, Alter? Er hat mich getötet. Boah, war das Fail? Boah, war das Fail? Das kriegst du ja wieder da dran. Dammit. Da komm ich jetzt... Was mach ich denn da jetzt? Ich bin ja aber in Problemen. Ja, du hast 14 Damage, die du machen musst. Das ist jetzt nicht so viel. Achso, da unten. Von da unten der. Ja. Du hast ja selber das Ding da hingemacht. Kannst du buddeln. Kannst du buddeln, ey. Ja, aber wo soll ich denn sonst hin? Ja, aber dann macht er auf und dann tötet er den. Ja. Wie soll der ihn töten? Da ist eine Mine. Mit Wasser? Mit irgendwas? Keine Ahnung. Ohne nix mehr. So. Mal gucken. Also, ihr könnt vielleicht eine Oma noch runterschicken. Puh, was ist denn? Ne, die kannst du ja nicht steuern. Der ist eh tot, der 150er, glaube ich. Achso, Teleport? Teleport Gun? Ne. Der Benutz, um da hinzukommen. Also, wenn du den oben angreifst, greifst du dich auch an. Das ist das Problem. Ja, mit 14 Schaden. Also, du kannst doch nicht dagegen schließen, dann kriegst du selber schaden. Auf den 101er kann ich halt nix machen. Das ist echt ein Problem. Ach du Scheiße, was kommt jetzt? Du kannst dich doch nach rechts hochgraben, oder nicht? Ja, das bin ich auch noch am überlegen. Aber da kommst du einfach hinterher. Also, ich muss sagen... Achso, ja, das stimmt natürlich. Da hast du recht. Achso. Ach komm. So, er kann doch buddeln, ja. Das ist true. Ich hätte überlegt, ob ich als zweiter, zumindest versuche zweiter zu werden, die Bananerien nach links schieße, aber... Hätte ich nicht gut gefunden. Ja. Ich glaub' der 150er überlebt das nicht. Das Wasser kommt ganz schön krass. Ich glaub' auch nicht. Ich glaub' auch nicht. Aber Peter, du musst da jetzt einfach hoch. Einfach. Ja, das wird schon nicht so schwer sein. Naja, das ist nur ganz einfach. Die Frage ist, wie hoch will er, ja. Wie hoch kommt er, ja. Hoch! Oh Gott. Sehr schön. Alter, als wenn die Kiste verhindert hat, dass du Schaden bekommst. Das ist schon mal wichtig. Ach wie geil. Oh oh. What the fuck, Alter. Oh, jetzt kommt der Holy. Höher komm' ich nicht. Oh Gott, der war viel zu lang. Jetzt hat der aufgemacht. Alter. Neue Kreis. Oh Gott, du hast mich auch gekillt. Au. Noch nicht. Noch nicht, Jay. Oder? Oh doch. Den hast du gekillt. Ja, stimmt. Dein Anreise dran. Jetzt komm' ich da doch nicht raus, weil das Ding auf dem Kopf ist. Kannst du einfach hüpfen. Kannst du einfach hüpfen. Oh Jay ist weg. Alter, Peter. So schlecht war die nämlich gar nicht. Na, jetzt muss ich hier gucken. Aber Peter war alles so geplant und dann hat die auch so explodiert. Ach ja. Da. Guter Move. Alter. Ja. Ja. Wildes 10. Ja, die Banane muss jetzt halt... Oh, die ist aber sehr steil. ...lucky werden. Vier? Ich hinterfrage einfach alles. Ohhhh. Also zwei und eins ist zu wenig. Mal gucken, ob vier zu lang ist. Oh. Die ist gut. Oh mein Gott. Die war perfekt. Die war richtig gut. Also die hättest du auf fünf machen können. Die wären einfach neben Peter gelandet. Aber Peter braucht noch. 105 Schaden reichen halt nicht, ne? Nein. Also. Peter war voll gefremd. Aber Peter hat nicht mehr so viel Insel, Jay. Überhaupt nicht mehr viel Insel. Und Jay hat noch ganz schön viel Insel. Geht so. Guck mal wie groß deine noch ist. Hab ich denn noch. Hab nix mehr. Wie hoch meine ist, aber nicht wie viel. Achso ja, dann rechts da unten. Guck mal. Ich hab nix mehr zu mich bewegen. Krieg ich noch ne Holy? Ja ne Holy muss es jetzt werden, aber das ist ja super schwer. Ach du Scheiße. Die kann man schon treffen. Das ist schaffbar. Wenn du gewinnen willst, musst du sie treffen. Schwierig. Ja machbar. Pass auf, da ist noch ein Pinöppel irgendwo und dann blockt die jetzt. Ja das ist egal. Oh die geht glaube ich zu weit. Ja. Wieso? Scheiße. Schade. Okay. Holies kann ich nicht so gut. Schade. Ich dachte der kriegt jetzt so ne Kiste auf seinem Nuppel da. Ich will gehen. Ich will gehen. Jay kann einfach springen mit dem Seil. Jay schießt einfach da jetzt hin und guckt was Peter macht. da. Oh der ist auch sehr weit. Aber der hat. War nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Peter letzte Runde. Minimal steiler. Minimal weniger steil. Scheiße. Ich hab noch Geld gefunden. Hast du nach links nicht nach oben? Als ob. Jetzt hat Peter sich daran erinnert, dass er noch Geld hat. Boah. Das hätte ich ja wohl eher gemacht dann mit der Holy Mensch. Ja. Schieß die jetzt auf und hoffst du. Der wird ja nicht gespült. Nee. Der kann auch nicht runterfallen. Also Peter muss einfach Fortuna gekallt haben. Ich wollte niedriger schießen. Es ist zu viel Wasser gewesen. Noch Peter steht im Wasser. Ja im Wasser. Es war zu viel Power in der Büchse drin. Aber jetzt kommt Jay da nicht raus, glaube ich. Ja. Absolut unmöglich. Und er wastet einfach die Zeit, ja. Oh scheiße. Er ist easy rausgekommen. Das ist ziemlich schlecht. Oh Gott. Ich hab mich verdrückt. Ich hab einmal. Ey, ich war noch am justieren und hab mit meinem Daumen gezuckt. Ja, Peter. Hast du verdient gewonnen? Hast du verdient gewonnen? Du musst nur sagen Jay, da war auch einfach nicht mehr drin. Da war mehr nicht drin. Ne? Peter, die Überweisung kommt aber dann noch. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, Alter. Das war ja mal wieder immer die Glanzleistung des Monats. Herzlich willkommen. Dankeschön. Yay. Mensch, was ein Glück, dass ich damit bin. Sieg auf dem Silber Tablett, ey. Das war so ein easy Sieg. Ach so, gewinnt man hier also. Ja. Das war so ein easy Win. Wunderbare Folge, Worms. Vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis dahin. Das war wirklich gut. Tschüss. 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 Tschüss.